Hey Mama, Mama, Hey Mama, Mama Es sind 4376 Caps auf jeden Fall im Pool. Wir fangen an auf jeden Fall mit den Beschwörungen, machen den Kottes natürlich weg. Meistens sagen oder mehr, das heißt mehr als, ja, also ab 30, ja, und dann, okay. Okay, 336 Scrolls. Oh man, oh man. Okay, die Light and Dark hau ich immer mal zwischendurch rein, ja, also nur so. Okay, fangen wir an einfach mit dem Mystischen und go, go. Ich will gar nicht wissen, wie lange er gebraucht hat, auch, sag ich mal, die Mana aufzubringen, das Lager zu erweitern, sag ich mal, dass wir überhaupt das Opening machen können. Weil überhaupt am Anfang so diesen Platz zu haben, ne, ist natürlich mega. Ah, Schlange. Achso, siehste, ich muss ja noch hier, ah, Caro muss ja noch die Gamerfreie Musik anmachen. Ah. So, erinnert mir ja gar nicht dran. Weil, wie gesagt, ich will das Opening probieren, zumindest gerne irgendwie auf YouTube hochzuladen, da er nicht so direkt zugucken kann. Beziehungsweise nur auf dem Handy vielleicht ab und an, deswegen wollte ich mal seit langem mal wieder probieren, falls es geht, die Aufnahme hier, sag ich mal, auf YouTube hochzuladen. Wow. Erster Lightning, Horus, Feuer, Wind wäre cool gewesen, Wasser wäre cool gewesen, Wasser, naja gut, Fusion, du hast den Panda schon. Ähm, aber Wasser und Wind finde ich auf jeden Fall mega, Feuer, ja, eher Skill-Up. Auf jeden Fall aufheben, ins Lager packen, jetzt für den Anfang definitiv nichts, was du jetzt bauen müsstest. Zweiter Lightning, hallo Jenny, hi, hi, hi. In welchem Channel, ich kann es gleich sagen, im Channel 110. 110 auf jeden Fall. So, magierter, äh, Wind war, nein, 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 wollen wir nicht. Lebende Rüstung, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken, Leute. So. Komm, wir wollen coole Sachen ziehen hier. Coole Sachen ziehen bei 336 Scrolls. Komm, 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 komm. Fake vier Sterne Monster, aber warum nicht? Ja. Muss ja auch die Level, äh, die Monster auch irgendwie hochpushen. Komm, wir gehen mal hier Feuerschrift rollen. Ah, nix. Ich fahre ja immer noch jeden Monster-Minsens-Eimer. Was, was fehlt dir denn noch, Triaden? Du hast da eigentlich schon alles. Ih, Kaffee. Hallo, Kaffee? Kaffee, okay. Ohne Kaffee geht gar nicht. Geht überhaupt nicht, ohne Kaffee. Hä? Was los? Ein Morgen ohne Kaffee ist... ein doofer Morgen. Morgen. Trevor hat man auch noch nicht... Hatten wir... Doch, hatten wir, oder? Ne, hatten wir noch nicht. Glaube. Okay, dann Trevor auf jeden Fall für später. Ein geiles Monster auf jeden Fall. Auf Vamp. Finden wir auch eigentlich nur auf Vamp geil. Also so. Deswegen auf Vamp später. Definitiv cooles Monster. Auf jeden Fall aufheben. Aber auch jetzt nichts fürs jetzt bauen. Für mich. Ich bin Level 41 und Wilbert mit Riesen. Ähm. Stellar muss ziemlich schnell sein. Das ist, das ist die Sache, ja. Äh. Wenn du eine Stella ziemlich schnell hinbekommst mit ein bisschen Attack und vielleicht ein bisschen Grid Damage, kannst du sie bauen. Falls du sie nicht schnell hinbekommst. Kaffee, save my day, ja. Falls du sie nicht schnell hinbekommst, lass es erstmal. Dann lass es. Dann, dann bringt es das einfach nicht. Okay, Windschrift rollen. Was ist das denn? Ne, wie gesagt, am Anfang, wenn man sie nicht schnell bauen kann, bringt es sie nicht gerade unbedingt so viel. Kaffee muss, ja siehste, Kaffee muss. Ihr sagt. Ohne Kaffee, das gibt es. So. Nope, nope, nope. Nichts. Sechs. Godzilla 666, was sagt er? Hi, Karo, Maro XD. Wat? Maro? Das hat er bestimmt nicht gesagt. Was ist denn Maro? Da hab ich es jetzt einfach nicht verstanden. Warte, ich lese nochmal. Soll ich jetzt aufrunden? Ja, wegen den Caps, ja. Hey, Karo, Maro? Karo, Maro, danke auf jeden Fall, Godzilla, für den Support. Danke, danke, danke. Ähm, mit den Caps mach ich anschließend, okay? Erinnere mich dann vielleicht nochmal dran oder so, aber dann kriegst du natürlich die Free Caps. So, okay. 66, wie kommt man auf 66? So, okay. Go. Lightning, wieder mal Lightning. Ach, nicht schon wieder die Keule, ey. Nicht schon wieder. Vielleicht ziehen wir ja die Licht oder Dunkel, ja, dann wär's natürlich extrem geil. Nee, Boss bin ich nicht, Jenny. Nee. Dafür reicht meine Dienstzeit noch lange nicht. So, Park. Geh, go. Komm, komm, komm. Samurai. Äh, 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 äh. Weil ich auch nicht am Anfang war und definitiv nicht. Warum ist denn jetzt die Musik schon wieder so laut? Die Musik kann sich nicht entscheiden, ne? Äh, äh, so, müsste reichen. So, Kampftänzer. Ach, nee. Was sind's? Das ist jetzt schon wieder totaler Crap, oder? Protest-LD. Äh, immer diese, diese Protest-LD. So, okay. Aber die ist auch, ähm, nice. Kann's auf jeden Fall auch behalten, so würde ich jetzt nicht verfolgen. Vor allem am Anfang ist es ein cooler Healer, macht nur ein Schild. Och, komm, Lightning. Lightning, hallo. Komm, guck mal, wie viele Lightnings hatten wir bis jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf und eins. Ein Fake. Fünf. Fünf. Ich denke gerade, was haben wir jetzt gezogen. Nee. Nee. Nein, ich werde hier was ziehen. Was, wie viel soll ich sparen? Was sparen? Was meinst du sparen? Äpfel, Tomaten, Kaffee-Körner? Rollen für dich. Das ist mir schon klar. Ähm, ja, wie du willst. Wie gesagt, ab 40, beziehungsweise ab 50, mache ich halt Opening auf jeden Fall. Es muss nicht immer ein großes Open. Ich freue mich zwar über jedes Mega-Opening, aber gemein, dass ich da Openings machen darf. Gott sei Dank kein Nat 5. Ähm, aber... Materia, du musst es mal so sehen. Du musst auch neuen Spielern etwas gönnen. Was, Serat? Oh. Oh. Du, ich habe schon Mauspony, ich habe schon so viele Light-in-Dark-Squads geöffnet. Ich gehe da überhaupt nicht mehr. Ich freue mich über einfach nur blöden Lightning. Darüber freue ich mich. Extrem. Hi, Laura. Okay. 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 So, also es wäre mal schön, wenn mal wieder ein paar Lightnings kommen würden. Ja, ich weiß, die Quote bei Come to Us ist meistens eher so YOLO-schlecht. Äh, aber... Äh. Das ist... Mh. Hallo. Komm, du Troll aus. Komm, du Troll aus. Gönnen wir mal eine Sonderbeschwörung. Ne. Golem. Vielleicht sollte ich aufhören, zu skippen. Oder vielleicht sollte ich aufhören, zu skippen. Vielleicht besser, ne? Hm. Ja, 336 Rollen sind es ohne die Legendären. Die Legendären machen wir am Anschluss. Die sind nicht dazu gezählt. Komm jetzt. Wie lange spart man für so eine blöden Sonderbeschwörung und jetzt kommt hier kein Lightning, oder was? Ja, eben. Er hat ja... Er hat ja auch gar nicht viele Monster. Also, ja... Wir haben vorhin angeguckt, was ihm eigentlich fährt. Ihm fährt eigentlich so gut wie alles. Arteria, das willst du vielleicht nicht. Hast du schon mal die Community gefragt? Frag sie mal. Mammut. 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 Kampftänzer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hast du schon mal vielleicht, ähm, ein Skill-Up für Verde? Jetzt sagt... Äh, Verde soll immer nicht Skill-Up'n. Falsch. Nur der zweite Skill darf nicht voll werden bei Verde. Also der Feuervampir. Oh, wir hatten mal ein Lightning. Nach 5 Uncoming. Äh. Ja, 12k-Kristalle. Hätte ich auch gerne. Keine 12k-Kristalle, leider. Leider nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht. Hätte ich gerne. Oh nee, da reicht's Geld dann doch noch nicht. So. Ah. Nein. Nee. Kommen wir bis 500 Sonntag-Beschwörung. Und dann machen wir weiter mit den... Hier, diese Verdum-Blitze bei diesen Sonntag-Beschwörungen ist Wahnsinn. Was ist denn jetzt hier mit der Quote? Nicht in Ordnung. Hallo. Food ist immer gut. Auf jeden Fall, aber... So viel Food auch wieder nicht. Schneller machen? Ich mach jetzt mal hier Rekordgeschwindigkeit ganz kurz. Fake. Fake. Wir wollen kein Fake. Fake. Nee, kein Fake. Nur mal der Twister. Hallo? Safe call? Du meinst also wirklich, nächster Lightning ist was brauchbares, ja? Denkste? Denkwollem ist auch cool. Kann zumindest cool sein. Aber auch nichts, was er jetzt unbedingt gebrauchen kann. Komm doch, gib uns doch jetzt mal bitte irgendwas, was er gebrauchen kann. Das ist doch hier... Das ist nicht feierlich. Das ist absolut null feierlich. Ja, jetzt. Jetzt. Genau jetzt. Nee. Nee. Boah, ich fühl mich so getrollt. Wechselt den Channel. Du denkst wirklich, es bringt was, wenn ich jetzt den Channel wechsle. Wer sagt von euch... Spamt jetzt mal bitte rein. Wer sagt von euch, Channel wechseln bringt was? Der schreibt ja. Wer sagt nein, schreibt nein. Also ich stimme ja für nein. Also ich fange an mit nein. 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 Drop Europe. Predict mal lieber auf Light and Dark Lightning. Ja, genau. 10 MS, nur Lightning, dann alle LD. 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, wieder ein Lightning. An sich ist der im Wasser auch nicht schlecht, aber ich würde den Trevor bevorzugen. Auf jeden Fall dafür dann Skill-Ups oder halt für deinen Dark-Nero-Stone-Kämpfer. 3, 4, 5, ich fange doch mal wieder von vorne an. Es muss nicht heißen, nur weil jetzt am Anfang die Schlechtung der Rote ist. Und es zeigt. 5, 6, 9, 10, Pyramen. Golem. Materia, bist du dir sicher? Fevero-Fusion. Der Fühl, ich mach Gefühl. Ich mach doch weiter. Materia. Ist nicht so, dass ich nicht weitermache. Hier kommt trotzdem kein Lightning. Nix! Diese Light and Dark, das ist doch, das ist... Irgendwann für RTA, also Real-Time-Arena gut. Ansonsten Lisa oder Emma Skill-Ups, beziehungsweise eher Lisa Skill-Ups. Mehr Gefühl! Was für Gefühl! Hafenmark, ihren Feuer. Ich mach doch Gefühl. Der zackt richtig. Überlegen, weil das waren 23, 24 Beschwörungen und ohne Lightning GZ auf jeden Fall endlich mal irgendwas kommt ho aus. Mein Gott! Mein Gott! Wir machen auch mal ganz schnell noch 10 und dann gucken wir uns mal die Chimäre an. Drei, vier, fünf. Oh. Oh! Oh! Ich hab skippt! Himmelstänzerin! Sehr nice! Ah! Komm! Komm! Wir wollen noch was! Komm! Komm! Zack! Noch hinterher! Ein! Los! Ah! Okay! Chimäre! Auf jeden Fall nice Farmer! Solltest du auf jeden Fall machen! Nice! Kannst du im Giants gut gebrauchen! Mega gutes Monster, was du auf jeden Fall, auf jeden Fall jetzt bauen kannst! Das ist, das ist ultra im Giants auch! Kannst du auch in der Arena benutzen, kannst du zum Farm benutzen! Mega nice! Da kannst du, mit ihm kannst du sogar hier hinten, ja? Bald von Aiden irgendwann auf Hell fahren! Solo! Ja, wenn du die Ruhe natürlich hast! Voraussetzung, aber das kann der! Falls du dann irgendwann zuguckst oder wie auch immer! EZ, Capcaro! EZ, 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 ÖZ! Sehr schön! Aber er hat da auch verdient! Er hat's verdient! Er hat's echt verdient! Bei der Rate! Komm! 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 Ah, ist die Falsche! Aber Skill-Ups, wenn du vielleicht die Feuer-Rak-Chasa bekommst! Ah! Ist die Falsche! Troll-To-Azis, der braucht noch alles! Gib uns mal einen Verdi! Gib uns einen Rak-Chasa! Komm! Sei nicht so geizig! Heute ist Rak-Chasa-Tag, ja? Da könntest du uns auch mal eine Feuer-Rak-Chasa geben! Also wisst ihr, wie lange er auf was verzichtet hat, um jetzt gerade mal diesen einen, ja, bis jetzt, bisherigen, diese eine, diese eine Chimäre zu bekommen! Das hat er auf jeden Fall geschrieben! So! Okay, wisst ihr, wie lange er auf was verzichtet hat, um jetzt gerade mal diesen einen, ja, bis jetzt, bisherigen, diese eine Chimäre zu bekommen? Ah! Und der große Bruder! Nice für Arena! Ich hätt ihn so gerne! Ah! Ah! Hier hat jemand vorgemuckt, Newdikun! So, so Delay hab ich ja nicht, oder? Rakyang, GZ, wow! Ah! Nice, Rakan! Rei- Reiß! Nice! Mega! Aber ehrlich ist es, der große Bruder, vielleicht auch Wasser jetzt? Wär auf jeden Fall cool! Heute ziehst du mir nur Schimären, oder? Ja, war geil! Ich hab leider keine Scrawls mehr! Rakan! Nein! Wow! Okay, es kam noch was! Ja! Es sind auf jeden Fall zwei super Monster! Rakan, würde ich jetzt einfach mal sagen, noch ein bisschen geiler, obwohl die Schimäre ihm, also die die, äh, der Lackmoron ihm definitiv erstmal in der Anfangsphase mehr helfen würde, als jetzt der Rakan. Rakan jetzt in der Arena oder im Gildenkampf irgendwo hinstellen, ja, in der Offensive, Defensive, beziehungsweise in Defensive eher, und, und, und cool, ja? Anfang vor allem in deinem Level richtig nice, aber der, ähm, Lackmoron hilft dir definitiv am Anfang jetzt mehr, vor allem bei Giants, wichtige Sache, am wichtigsten die Sache, ja, also ruhen, 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 und nochmal ruhen, Material, wie hast du das gesagt, vorm ruhen, ja, nur den ganzen Monat gemacht, den ganzen 3, 4 Monate, seitdem ich das Spiel wieder spiele, nix, RIP circa im Monat 6.000 Crystals. Drian schreibt, komm schon, da sind noch Illusion, Werte, und so weiter was drinnen, naja, sehr nice, aber irgendwie, wo sind jetzt schon die die Lightnings? Jetzt mal im Ernst. Wind? Ja, Wind. Könntest du jetzt rein theoretisch als Erzieher benutzen? Nö. AAAAAAAA! Die Sputle! Wahnsinn! Für'n Hattrick! Poolnachtau! Ja, wäre geil! AAAAAAA! Mega, mega, mega nice! Uh, 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 her damit sofort! Hö! Guck mal, am Anfang ließ es schlechter, ja, jetzt läuft es ein bisschen besser, ja? Läuft! Definitiv! Mit ihm kannst du auch Giant spielen. Macht es ein bisschen safer, zwar nicht dann so schnell oder so, also nicht unbedingt, aber kannst du auch mit ihm spielen. Du kannst mit ihm auch Dragon spielen, wenn er gut gewohnt ist. Nice! Elemental Raids, sehr nice auch. Also, hui! Ich hab ihn auch nicht, wer hätte ich auch gerne, aber jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, mein Favoritmonster, aber echt geht's set. Ich gönne es ihm für neun Monate sparen, neun, wenn es vier werden, ist es Rekord. Ja, viel Spaß bei Miss Händler. Komm, aber irgendwas cooles, Forster-mäßiges hat er auch noch nicht gehabt, bei Retta, super nice auf jeden Fall, im Tor, beziehungsweise Tor Hard, hilft dir auf jeden Fall mega, auf jeden Fall pushen, auf Speed, HP, HP oder Speed, HP, ACC, ein bisschen ACC braucht er halt auf jeden Fall, aber ansonsten, nice Monster, brauchst du, wirst du auch ewig lange brauchen, im Tor, Tor Hard, was auch immer, umso weiter du im Spiel kommst, vollkommen Bock wirst, brauchst du ihn. Oh, nicht schon wieder. Schon wieder. Oh Gott. Oh! Vier! Natt fünf! Vier! Gottverdammte! Natt fünf! Wow! Haha! Oh! Nice! Jo! Nice! 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 Wie war das? Matera, sein ACC suckt! Haha! Sein ACC suckt, hast du gesagt. Ey, der suckt nicht! Cool! Extrem geil! Cool! Läuft! Vierter! Wir haben den Rekord erreicht, Rekord war bisher drei, wurde jetzt geknackt von vier Lightnings! Er hat gerade, ich schrieb, jetzt zahlen sich neun Monate aus, ja. Langsam, manche ziehen noch nicht mal einen, nach fünf in einem Jahr. Es gibt natürlich auch Leute, die ziehen mehr, nach fünf in einem Jahr, klar, aber, auf jeden Fall nice, definitiv. Ich gönn's dir auf jeden Fall. Ah, so ein, so ein, so ein, so ein gutes Monster auf jeden Fall. Wozu wuser? Kommt noch einer? Denkt ihr? Wie weit hänge ich bitte hinterher? Vielleicht nochmal neu starten, Ratsche. F5 einfach neu starten, wer ein bisschen zu lange hinterher hängt. Einfach nochmal neu starten, also den Stream. F5 aktualisieren. Leider nicht mehr. Sonderbeschwörungen, Leute. Und dann, neuer Contest? Haben wir da noch irgendwie ein Forster, was wir gebrauchen? Luschen. Luschen wäre nice. Luschen auf jeden Fall. Hm. Noch viermal, vierhundertfünfzahlen. Ja, für die Kristalle auf jeden Fall. Nee. Äh. Wie, wie kann man denn so viele Kristalle beschw- Wie? Erklär mir das. Erk- Wow. Wir werden uns ganz schön lange zocken mit zwölftausen Kristallen. Och, Mann. Ich wollte... Luschen wäre nice. Luschen auf jeden Fall. Ich würde sagen, Och, Mann. Kein Lightning. Luschen! Yeah! Sehr gut. Sehr nice. Das, was wir brauchen, Luschen. Bei Ernstgeschrieber Terrier. Luschen incoming oder no lightning? Ich predict's. Er hat's predicted. Luschen ist gekommen. Wow. Geil. Vor allem gerade in dem Moment, wo du eigentlich real geschrieben hast, kam der Luschen. Du bist ein Hacker, Materiel. Gib's einfach zu, du hackst hier. Okay, Leute. Haben leider keine Scrolls mehr. Wir haben dann noch zwei Ifrit-Beschwörungen auf jeden Fall und fünf Legendäre. Hab's gecalled. Ja, du hast es gekauft. Ja, du hast es gekauft. 27, Leute. Uuuuh. Oh, oh, oh. Guckt es euch an. 27. Viele haben gesagt, oder mehr. Pick a winner. Repeat! hat 186 gesponsort, ja, nein, rausgehauen und hat 1724 Caps gewonnen. Ja, die Nat4 sind, außer Lucien, sind die Nat4 eher, eher crappy. Okay, wir machen New Contest. Wir haben fünf, fünf Legendäre hier. Fünf Legendäre. Wollen wir anfangen? Boah, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich skippe auf jeden Fall keinen. Und falls jemand noch irgendwie gerade ein Opening möchte, einfach mich auf Line anschreiben oder Facebook, da ich halt am Sonntag nicht streamen werde. Oh Gott, es blitzt. Ey, kann wenigstens mal ein ordentlicher Forster kommen? Dieses Ja oder nein? Er kommt Nat5 jetzt bei dem fünf Legendären? Ja oder nein? Und weiter. Oh yeah. Oh yes. Oh yes. Skillups hast du auch gleich. Hast du, haben wir ja vorhin gezogen, die Skillups. Sehr schön. Sehr nice. Wahnsinn. Cool. Oh. So. Auf jeden Fall haben wir den Rekord erreicht. Wir haben heute schon vier. Ach Gott, nein. Was ist das für ein Pfeffer? Pfeffer. Pfeffer. Pfeffer hoch 200 ist das. Incoming. Zyros. Ja. 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 Cool. Wird eng. Wird eng, würde ich sagen. Wird eng. Oh. Oh ne. Wie oft haben wir die heute gezogen und jetzt ziehen wir die auch noch als Pfeifster. Hör auf ey. Ha ha ha. Ja. Ha ha ha. Zählt natürlich nicht. Ist kein Nat5. Ist kein Nat5. RIP. Ja. Robi, du sagst es. RIP. Dank übrigens fürs Following. Danke, danke, danke. RIP. RIP ey. Boah. Salty. Zyros. Wir haben noch eine. 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 Kommt du. Kommt du. Kommt du. Kommt du. Kommt du. Erst los. Und 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 und. 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 Okay. Rekord auf jeden Fall von einem Opening bleiben. 405 auf jeden Fall. 405, was mega nice ist. Definitiv. Äh. Von den Four Stars, die er wirklich vor allem jetzt am Anfang des Games gebrauchen kann, würde ich jetzt sagen, ist nur bei Barretta, was Fusion an sich ist. Rekjaza. Sehr nice. Definitiv bauen. Luschen. Auf jeden Fall auch sehr nice. Ja. Jetzt würde ich sagen, als erstes die Chimera, weil sie dir bei Giants auf jeden Fall am meisten helfen würde. Ähm. Rakan. Und die sind halt erstmal so ein bisschen später, würde ich die bauen. Die brauchen auch eher natürlich, aber brauchen extrem gut Ruhen. Wie jedes Monster. So. Okay. Wir machen natürlich noch Ifrit. New Contest. Achso, nicht New Contest. Nein, es kam natürlich kein. Äh. Ist klar. Warte mal. Mach mal größer. Contest. Hallo. Oh. Nein, wir hatten keinen. Hat fünf. Master 9362 hat taus... klar. Tausend Caps ges... Nein, nicht gespendet, aber in den Pool reingehauen und hat 954 Caps gewonnen. Wow. Wow. Gut. New Contest. Okay. Ifrit. Übrigens, wenn ich für den 12 Stunden Stream noch ein paar Specials oder so, ähm, sag ich mal hier auch als Rewards machen oder so, falls jemand Vorschläge hat, kann mir auch gerne mal byline nochmal schreiben. Ich habe schon ein paar Vorschläge bekommen, aber vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar. Würde ich gerne entgegennehmen. Auch die Töne oder so werden sich ein bisschen ändern. Ich will ein bisschen vorbereiten für den 12 Stunden Stream auf jeden Fall. Caro hat dem... ...noch glaube ich noch nie gezogen. Ne, den habe ich noch nie gezogen. Robbe, du musst das, du musst das beachten, ne? Aber vielleicht ist jetzt der, der Tag gekommen und ich ziehe ihn. ...wäre auf jeden Fall bitter. Okay, go! Theo, ja, nein. Theo... Äh... Ja, also, Leute... Tülich! Tülich! Bobs. Sack. Okay, noch ein. In den Sommer Theo kommt, ich lach mich... Ich lach mich schla... ...neee! Hahahaha! 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 Das erste Mal, Leute! Hallo! Erste Mal, dass ich Haka gezogen habe! Ja, sorry! Tülich! Hahahaha! Hahahaha! Beten! Ja, genau, beten! Hahahaha! Aber cool! Ja, Haka! Hi! Was geht? Grüße bestimmt von, äh, Robbe! Ja! Sie ist... Sieht sehr gelb aus! Ja, okay, cool! Auf jeden Fall! Du hast echt... Es ist mega, mega, mega nice! 4 Stars, okay! Aber wir haben ne Rakshasa! Wir haben ne Luzhen! Werde! Werde fehlt mir noch ein bisschen! Werde! Ja, der ist jetzt schon geil! Auf jeden Fall! Sehr, sehr nice! Wie gesagt, er hat einfach nur so... Unsummoned sofort! Er hat einfach nur so mega luck, ja! Manche ziehen in einem Jahr noch nicht mal in der 5! Oder so! Oder grad mal so ein! Oder so! Er hat definitiv ihr schon Glück gehabt mit dem Opening! Am Anfang kam nur Crap, 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 Crap! Und jetzt... Yeah! Okay, cool auf jeden Fall! Läuft! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! SUSKEYLEBAsk